Es war einmal ein verwunschenes Königreich, in dem eine wunderschöne Prinzessin lebte. Mit Haut so weiß wie Schnee und Haar so schwarz wie Ebenholz. Bla, bla, bla. Ihr Haar ist nur schwarz, nicht wie Ebenholz. Sie ist 18 Jahre alt und ihre Haut hat noch nie die Sonne gesehen, also logisch ist die gut. Dieses Frühjahr... Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist die Schönste im ganzen Land? Schneewittchen. Was? Wer? Schneewittchen. Bekommt ein altes Märchen... Wollt ihr es hören? ...eine Generalüberholung. Keine Generalüberholung, höchstens ein kleines Lifting. Verband sie in die Wälder. Erledigt? Wie ihr es befohlen habt. Ich bin beeindruckt. Ihr seid gar nicht so ein jämmerlicher Waschlappen, wie ich immer geglaubt habe. Das ist das Netteste, was ihr mir je gesagt habt. Macht euch bereit. Der Prinz ist reich. Ich werde ihn heiraten und meine finanziellen Probleme lösen sich in Luft auf. Für die wirklich wahre Geschichte. Organisiert einen Ball. Wir erobern sein Herz im Sturm. Um Liebe. Ich finde, Schneewittchen ist die schönste Frau auf der Welt. Die einen sagen so, die anderen... Geheimnisse. Wer bist du? Schneewittchen. Schneeflittchen? Niemals! Macht. Es passt nicht, euer Mann. Du hast es eingehen lassen, Kurbildfester. Ich wusste, ich habe noch dieselbe Größe. Und Magie. Ich gebe ihm einen Liebestrank. Für Hunde? Was soll ich mit einem verliebten Hund? Krault mir meinen Bauch. Holt Stöckchen! Ihr und die Räuber? Ihr und die Königin? Können wir ihr helfen? Sie kommt gut allein, Shurek. Ihr habt versucht, mich zu töten und ich bin versucht, euch zu küssen. Also diese Und-Wenn-Sie-Nicht-Gestorben-Sinn-Nummer war schon immer mein Ding. Spieglein, Spieglein. Erlebe die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen. Demnächst im Kino.